Was ist der Unterschied zwischen einem hochwertigen Anzug, der ein Leben lang hält und einem, der schon nach einer Saison Abnutzungserscheinungen aufweist? Auf der Stange ist vielleicht kein großer Unterschied zu sehen. Gleiche Farbe, gleiches Muster, gleiche Knöpfe. Aber beim Anprobieren ändert sich das rapide. Ohne Qualitätsdetails wie Stoff, Passform und Schnitt kann ein Billigprodukt schnell ausbleichen, durchscheuern und auseinanderfallen. Form folgt Funktion, auch beim Teppichboden. So wie ein Anzug im Geschäft gut aussehen kann, kann auch jeder Teppichboden nach der Verlegung großartig wirken. Aber sobald er begangen wird, kann so ein gewöhnlicher Teppichboden schnell schäbig aussehen. Und das ist ein wirkliches Problem, denn keiner möchte einen hässlichen Bodenbelag haben oder rasch wieder einen neuen kaufen müssen. Wie also sorgen Sie dafür, dass Ihr Teppichboden länger besser aussieht? Indem Sie ein wenig genauer hinsehen und auf die Faser achten. Die Faser ist das winzige Fädchen, das die Ansichtsseite des Teppichbodens bildet und langfristig für Aussehen und Performance verantwortlich ist. Sie bestimmt die sichtbare und fühlbare Oberfläche, den Teil der Farbestruktur und Muster aufnimmt und präsentiert und sich tagtäglich bewähren muss. Eine qualitativ hochwertige Faser kann deshalb bei Ihrem Bodenbelag einen bemerkenswerten Unterschied machen. Womit wir bei der Antron Teppichfaser wären. Mit den leistungsstarken Fasern von Antron sieht ein Teppichboden im Objektbereich länger besser aus. Antron hilft dem Teppichboden, sein volles Potenzial zu verwirklichen. Das wissen Innenausstatter, die Farben abstimmen müssen und Gebäudeverwalter, die Wartungskosten und Probleme auf ein Mindestmaß beschränken wollen. Bemerkenswert! Aber wie? Wie bei einem guten Anzug steckt auch hier der Teufel im Detail. Alles fängt mit hochwertigen Materialien an. Bei Antron heißt das mit einer stärker vernetzten, dichteren Molekülstruktur als die üblichen Fasern. Dadurch behält der Teppichboden sein gutes Aussehen, hat ein hervorragendes Wiedererholvermögen und hält einer starken Reinigungsbeanspruchung stand. Und Robustheit ist noch längst nicht alles. Die innovative Formgebung der Antron Faser und die Schutzbehandlung sorgen für Schmutzabweisung und eine leichtere Reinigung. Also, wenn auch Ihr Teppichboden jahrelang im Gebrauch und Missbrauch ausgesetzt ist, bekommen Sie nicht die Rechnung dafür. Antron setzt Wissenschaft und Technik ein, damit Sie einen Teppichboden genießen können, der dem ganzen Objekt und allen darin ein besseres Feeling gibt. Und wenn Sie für den Teppichboden zuständig sind, hebt das natürlich auch Ihre Stimmung. Sie wissen ja, was Sie hineinstecken, bekommen Sie auch wieder heraus. Und da ein Teppichboden die größte Oberfläche ist, um die Sie sich kümmern müssen, lohnt es sich vorauszudenken. Wenn Sie also eine Bodenbelagsentscheidung treffen müssen, fangen Sie ganz von unten an, bei der Antron Teppichfaser.